Musik 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 Jose Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das macht man nicht nur deswegen, weil sie schön aussehen, weil sie einen weiten Weg gemacht haben, hier heute in Hagenburg, sondern das macht man im Prinzip auch deswegen. Und ich glaube, da sind sie meiner Meinung nach auch, weil sie einen tollen Applaus verdient haben, für die Leistung, die sie heute hier abgeboten haben. So, da fehlt mir jetzt aber noch einer im Bunde, ein Offizieller von den Star Riders. Leider musste das Drami-View-Core Star Riders aus Bad Münder schon ein bisschen früher nach Hause, weil da sind heute noch Konfirmationen und das ist ja nicht schlimm. Kirsten, komm einfach mit in meine Reihe hier, in meine Mitte. Nein, du sollst nicht nach hinten gehen, du sollst dich ganz offiziell hier vorne hinstellen. Ist doch hier in Hagenburg alles gar nicht so schwierig. So, das ist Wiedermarkt, der Fan-Fahrenzug aus Wiedermarkt, dieses Jahr das allererste Mal bei uns in Badenburg und ich hoffe nicht das letzte Mal. Liebe Musikfreunde, es hat uns sehr viel Spaß gemacht mit euch. Wie finde ich es toll, dass wir mal den Kontakt zu euch gefunden haben und hoffentlich können wir in weiterer Zukunft, dass wir weiter arbeiten, dass wir noch einige schöne Events für uns haben. In diesem Sinne, ich darf das mal einfach dir mal übergeben. Wir haben hier als kleine Erinnerung an den heutigen Tag. Wir möchten euch ein Bild zur Erinnerung mitgeben und wir hoffen, dass es einen schönen Platz bei euch findet. Der Fan-Fahrenzug aus Wiedermarkt, recht herzlichen Dank für eure Teilnahme. Das gleiche gilt für den Fan-Fahrenzug Hagenburg, für den Ullis. Mein Lieber-Ullis, meine liebe Genie, auch für dich im Namen der Publikum Händels recht herzlichen Dank für eure Teilnahme. Ja, so einfach ist das. Ihr hattet vorher ein bisschen Landenfieber, aber im Nachhinein weiß ich ehrlich gesagt nicht warum, weil ihr nun habt das doch auch mal auf offizieller Bühne hier mitbekommen, dass es alles ziemlich locker an Lagenburg immer vollzogen wird, das frische Unkonzert. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch im nächsten Jahr wieder dabei sein könntet und vielleicht auch noch ein paar Mann mehr, die euch heute fehlen. Die Ullis-Kampagne aus Hagenburg, recht herzlichen Dank für eure Teilnahme. So, dann habe ich hier, meine liebe Tami, die Matching-Band aus Neustadt, die ganz spontan wieder dieses Jahr natürlich selbstverständlich, wie sie gesagt haben, zugesagt haben. Und ich dachte, das war überrechend. Ihr dürft uns nicht wundern auf dem Bild, warum wir also erst gucken. Wie vorhin gesagt, Tiger Mariator hat ja nichts mit Liebe zu tun, nicht immer was mit Liebe zu tun, sondern vielleicht auch unter dem Motto Stolpen schicken, wie es aus der Arsene aus dem Kampf, aus dem Film, aus der Historie, der rauskommt. Und so gucken, ob unsere Gemeinde da so ein bisschen, also nicht wundern. Wie gesagt, herzlichen Dank der Matching-Band aus Neustadt. Wir freuen uns auf den 30.06. für eure Teilnahme. Matching-Band Neustadt, herzlichen Dank. So, meine liebe Tami, Musik bei Lindenburg hatten wir zuerst gar nicht auf der Rettung. Und doch letzte Woche noch, letzte Woche, zwei Wochen in Wünsdorf, war ein Mannschaftsdorf, spontan auch zugesagt. Und ich glaube, auch dem Publikum hat es auch dieses Jahr wieder gefallen. Bei Lindenburg kommt das Musikvorsorge auch, konnte ich kurzer Dank alles wieder sagen. Und vielen Dank. Vielen Dank auch an diesem Training, auch für euch. Alles, alles, alles Gute auf euren weiteren musikalischen Weg. Und vielen Dank für den kleinen Namen. Musikvorsorge, danke für euch. Mein lieber Jürgen, Verantwortlicher von dem Dank-Koabend Neustadt aus Meere, und ich muss dir gestehen, die Instrumente, die ihr neu eingebaut habt, gegen Pinderball, habe ich vorhin schon gesagt. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass ihr auf diesem Wege viel weitermacht. Es ist immer eine Steigerung von 100 Prozent mindestens, wenn man euch von einem auf das andere Lade hört. Und damit habe ich mit Sicherheit nicht übertrieben. Das könnt ihr auch so mit nach Hause nehmen. Und ich darf mich, ich darf mich wirklich ganz herzlich auch bei euch bedanken, wieder für eure Teilnahme. Denn ihr seid nicht das erste Mal bei uns, sondern, ich meine schon zweimal, also zweimal, richtig. Ihr findet auch immer wieder den Weg nach Hagenburg, und das finden wir toll. Und wir würden uns freuen, auch mal eines Tages wieder was von euch zu hören, wo es dann heißt, die Beblendetreise nach Meere. Wie gesagt, herzlichen Dank für eure Teilnahme, Trenkoa Regels aus Meere. So, jetzt fehlt mir hier eine Ecke. Die Kirschen wird mir das verzeihen, aber dafür steht sie bei uns in der Mitte. Auch für dich, liebe Kirschen, ein kleines Andenken. Du weißt, warum wir so traurig gucken auf dem Bild. Und es wird mit Sicherheit auch in euren großen Vereinzeigen in Bad Münder in der Ehrenwerten Platz finden, auch dass ihr euch vielleicht positiv an die heutige Veranstaltung zurückerinnert. Wir fanden das jedenfalls ganz toll, dass ihr uns heute auch unterstützt habt. Und es war einfach toll. Cool. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank für den Kurs. Da ist aus Bad Münder. Applaus So, und nun möchte ich noch ein paar abschließende Worte verlieren. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei dem Filmteam Bordino bedanken, bei Markus Brummitz, der mit Sicherheit das Lieder ganz toll im Kasten hat. Wie gesagt, die CD kann man auch bei uns bestellen, sie kann man kämpflich erwerben. Ich möchte mich aber ganz, ganz herzlich bei dem Publikum bedanken, denn das ist im Prinzip für uns Musiker das Wichtigste, weswegen wir das machen, für die wir das machen. Und das gibt uns für unsere Aufgaben immer für die Musiktreibenden hier den Sinn, im Prinzip das Lebenselixil, wie jeder andere Mensch, das Lebenselixil. Was er braucht zum Leben, brauchen wir, das Publikum. Und das war heute wieder, jetzt darf ich euch mal den Applaus zurückgeben, das war heute wieder grandios. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach diese Veranstaltung, wenn es euch gefallen hat, weitersagt, macht Werbung für uns, für die Publikums. Wenn es euch nicht gefallen hat, das gebe ich euch auch an der Hand, dann behaltet es für euch. Und ja, ich darf mich ganz einfach von euch verabschieden. Die Publikums bedanken sich bei allen Teilen in den Vereinen und bleibt noch ein bisschen bei uns. Und wie gesagt, das Stimmungsbarometer, man hört immer ganz gerne, wie es euch gefallen hat. Und das wäre schön, wenn ich das vielleicht von dem einen oder anderen von euch hier gleich noch bei einem Schluck Wasser, einem Schluck Cola oder auch ein Gläschen Bier zum Vatertag, wenn wir da mal drüber sprechen könnten. Das liegt uns am Herzen, das ist uns wert. Ja, dann darf ich mich bedanken und darf unser Percussion bitten, nochmal die tolle Kadenz zu spielen. Oder wollen wir das Nein, wir lassen die Musikvereine. Wir lassen die Musikvereine mit Musik rausmarschieren. Was haltet ihr davon, Publikum? Dann machen wir das so. Fangen wir an von links nach rechts. Fangen wir an von links nach rechts. Ihr geht einfach so lang. Und unsere Besten packen wir ein bisschen an die Seite. Und dann machen wir das ganz locker und wieder dabei. Applaus Und dann machen wir es und dann machen wir es Und dann haben wir uns auch das so. Spannungsgeräusche noch mal. Und dann machen wir es Applaus 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 Musik Das ist eine große Herausforderung. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.